Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 von Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen und endlich bei der monolithischen Verschwörung des John F. Kennedy, beziehungsweise er, der darüber gesprochen hat, jetzt kommen wir endlich zu genau dieser, wo wir eigentlich schon, glaube ich, vor 10 Folgen haben landen wollen, aber so kennt man mich ja, irgendwie muss ich ja mal alles drumherum erstmal gucken und nachgucken und erklären und deswegen kommt jetzt genau diese monolithische Verschwörung, die jetzt auch genau das Thema ist, dessen, der sich jetzt eigentlich genau auf die monolithische Verschwörung und zwar auf den Buchstaben genau eingeschossen hat, den Jörg. Moin Moin. Ja, Moin Moin Michael. Wundert mich eigentlich nur, dass du nur 10 Sendungen gebraucht hast, bis du endlich draufkommst, dass es keine 20 geworden sind, so wie man dich ja kennt. Aber kleiner Seitenhieb darf ja mal, muss ja mal sein. Aber ich finde es natürlich schon schön, dass wir in dieser Serie weitermachen und sie wird ja auch genau wie die satanische Medienagenda von Sendung zu Sendung irgendwie interessanter. Aber was auch immer irgendwie interessanter wird und deswegen möchte ich mal ganz kurz die Gelegenheit ergreifen, um etwas in eigener Sache zu sagen, bevor wir hier mit dieser Sendung anfangen. Sehr aktuell, ich habe von Gerald Gebbensleben, den ihr ja inzwischen kennt, der eine wunderbare Archive-Bibliothek hat, zwei sogar und unglaublich viele Bücher auch über die Impfungen zur Verfügung stellt und mir immer Impfbücher schickt und PDF-Bücher macht, etwas zugeschickt bekommen gestern von dem Rudolf Steiner. Das fand ich sehr interessant. Rudolf Steiner ist ja eine Figur, die wir auch bei Michael in verschiedenen Dingen schon mal erwähnt hatten. Ich glaube, das war wohl bei der satanischen Medienagenda. Ich glaube, da kommen ja solche Leute gar nicht rum mit seinen Waldorfschulen und alles. Und der hat jedenfalls hier einen Vortrag gehalten am 7. und 27. Oktober 1917 und hat da einen sehr interessanten Satz gesagt, nämlich die Seele wird man durch ein Arzneimittel abschaffen. Das habe ich zum Anlass genommen, ein Video zu machen auf meinem rhein-deutschen Kanal. Und das sollte eigentlich morgen, am Freitag, den 10. Dezember in Premiere gehen. Aber heute, am 9. Dezember, habe ich von YouTube eine Meldung bekommen, dass mein Video gelöscht wurde und mein Kanal deswegen einen Strike bekommen hat, weil ich hier medizinische Fehlinformationen mit dem Video verteile. Also habe ich das Video hochgeladen auf Bitshoot. Und da ist es jetzt zu sehen auf meinem Hauptkanal, Joggler66, also dem, wo deutsch und englische Videos sind. Da ist in der Community auch ein Bericht darüber und auch der Link zu dem Video, dass ihr das finden könnt, dass ihr euch das anschauen könnt. Und der Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, je mehr man der Wahrheit wirklich auf den Punkt fühlt, desto mehr sträubt sich YouTube, sträubt sich Google, sträubt sich diese Welt, es überhaupt noch zu veröffentlichen oder irgendwo sehen zu lassen. Wir haben im Augenblick noch Bitshoot. Das ist wunderbar. Und Bitshoot ist sicherlich die beste Plattform. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich persönlich habe auch lieber YouTube. Aber auf YouTube kann man eben bestimmte Dinge jetzt einfach nicht mehr sagen. Jetzt fangen Sie sogar schon an, solche Videos vor der Premiere zu löschen. Obwohl ich hier nur über Rudolf Steiner gesprochen habe. Und der Mann war ein purer Satanist. Der hatte Beziehungen zur theosophischen Gesellschaft mit Helena Pritova-Blavatsky und Annie Besant. Der Mann hat die Waldorfschulen gegründet, wo den Kindern bereits im jüngsten Alter Satanismus eingeimpft wird, im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann schreibt er so einen Satz und ich mache da ein Video drüber und YouTube sagt von, das ist medizinische Fehlinformationen. Also das ist wieder einmal nur ein Beispiel dafür, dass wenn euch Videos gefallen, ob sie jetzt von mir kommen oder von Michael, dass ihr die besser so schnell wie möglich euch speichert und zwar runterladet und dann speichert auf einem Medium, das nicht alles netzangeschlossen ist, also wie zum Beispiel ein entfernbarer USB-Stick oder solche Dinge, um die Dinge auch wirklich für die Nachwelt noch zu bewahren. Weil irgendwann ist das nicht mehr weg. Und ich habe mir jetzt eine Maßnahme einfallen lassen, wie ich in der Zukunft mit meinen Videos verfahren werde. Das erkläre ich aber jetzt nicht hier, weil wir wollen ja hier über JFK. Aber ich wollte nur mal eben kurz sagen, ja, JFK spricht in seiner Sendung über eine monolithische Verschwörung. Ja, wenn das keine Verschwörung ist, um solche Videos, die die Wahrheit sprechen, rauszulassen, dann weiß ich nicht mehr was. Und von daher mache ich doch jetzt wunderbar, schließe ich den Kreis zum Thema, was wir hier besprechen haben wollen und machen jetzt weiter mit JFK. Und ich bin sehr gespannt, was Michael da alles mitgebracht hat und möchte halt jedem raten, sich meine BitChute-Kanäle auch mal zu sichern und anzuschauen. Da sind auf dem Deutschen nicht viele Abonnenten, aber da sind hunderte Videos drauf und ihr könnt euch das ja gerne mal anschauen. So, Michael, danke für die Zeit, die du mir zur Verfügung gestellt hast. Und jetzt möchte ich dir gerne das Mikrofon übergeben, dass du weitermachen kannst oder vielleicht noch einen Kommentar geben über das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich sage ja immer, man soll so schnell wie möglich runterladen. Wir wissen ja gar nicht, wie lange noch überhaupt Plattformen online sind oder was alles da passieren kann heutzutage. Und im Augenblick ist ja noch der Festplattenspeicher einigermaßen erschwinglich. Also definitiv runterladen, runterladen, runterladen. Und man kann es immer noch dann gucken, wenn man dann Lust zu hat. Aber ich habe also auch genau gestern einen Anruf bekommen von einem Freund von mir, der gesagt hat, du hast mir etwas geschickt, aber ich komme da gar nicht mehr dran, das Video ist gar nicht mehr da. Ich sagte, du hast es nicht runtergeladen. Das ist doof, einfach nur blöd, dass wir in einer angeblich freien Gesellschaft leben, wo man aber dann gewisse Meinungen nicht sagen kann. Also daran sehen wir ja schon mal wieder, wie die Kuh sich da in den Schwanz beißt. Also ist nichts mit freiem Land. Teil 12, endlich, die monolithische Verschwörung. Wie kommen wir da dran? In der letzten Sendung haben wir also ganz viel über die Kirche gesprochen und den Wahlkampf gesprochen in den Vereinigten Staaten. Dass da eben der John F. Kennedy quasi ins Kreuzfeuer genommen wurde, vornehmlich von Evangelisten oder von Baptisten. Und dann haben wir da den Bogen schon geschlagen zu dem, was jetzt kommt. Denn mich endlich dann Butter bei die Fische, wie jetzt so viele dann sagen würden. Ich gucke mal, was ich da mitgebracht habe. Ich habe jetzt auch die Reihenfolge nicht so ganz im Kopf. Ich muss mir auch dafür entschuldigen, wenn es vielleicht ein bisschen ruckeliger oder anders aussieht als sonst. Ich habe jetzt hier gerade einen anderen Computer, weil bei meinem Computer ein großes Problem aufgetaucht ist, was sich aber erst in ein paar Tagen lösen lässt. Von daher habe ich eine ganz Menge Bilder verloren. Und ich hoffe, es wird dann trotzdem eine interessante und bunte Lesung. Das funktioniert ja schön. Es geht sich genau um diese Rede von John F. Kennedy, der dann in Englisch die Sätze gesagt hat, die wir dann zum Glück durch eine fähige englische deutsche Hilfskraft, unsere Übersetzerin Miss Marple, nämlich da Miss Marple ergeben, das genau zu sagen, eben dann da schon haben, ins Deutsch übersetzt bekommen. Und ihr seht ja genau, das ist am 27. April 1961 gewesen, also zweieinhalb Jahre ungefähr vor seiner Ermordung. Und wir sehen daran, dass er genau in diesem Kontext hier dann auch benutzt hat das Wort Conspiracy. Ich mache mal so diese rote Lampe, die du immer während der SMA selbst gemacht hast. Ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Präsident John F. Kennedy gibt diese Sprache im Waldorf Astoria Hotel. Wir haben gerade über die Waldorf-Schulen von Rudolf Steiner gesprochen. Welch ein Zufall. Ja, Waldorf ist ja ein altes, also diese ganze Kette ist ja eine ganz alte Kette. Und ich weiß gar nicht, ob die nicht älter ist als der Herr Steiner. Also, naja, wenn wir jetzt da noch. Das gibt wieder eine 3-Stunden-Sendung. Waldorf. Waldorf. Nee, Hotel, das ist doch eine Familie. Die heißt doch so, die heißt doch da so, eine Kette von Hilton, die auf 2, guck, guck, guckste. Hilton Gruppe, oh nein. Ei, ei, ei. Ja, hier, Johann Jakob Astor, genau. Der in Waldorf geboren wurde. Ist das nicht der, der auf der Titanic untergegangen ist? Ja, 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 ja. Und die Hilton, ist das nicht die, die mit gespreizten Beinen aus dem Auto steigt? Ich will da nichts zu sagen. Das ist nicht mehr meine Agenda. Ja, das ist nicht der, aber das ist, glaube ich, einer seiner zahlreichen, also auf jeden Fall einer seiner Nachkommen. Ach, ja. 1820. Ja, auf jeden Fall hängt die dann irgendwie miteinander zusammen aus dieser Astor-Familie. Ja, ich weiß nicht mehr genau, welcher Astor das war, aber irgendeiner muss natürlich dann da im Jahre 1912 gestorben sein. Ne, der ist geboren 1912, das macht wenig Sinn. Hier, John Jakob Astor. Ah, guck mal hier, der war das auf der Titanic. 1912, logischerweise, der muss das jetzt gewesen sein. Hier, Untergang der Titanic, sage ich doch. John Jakob Astor, der Vierte. Ja, also von daher, die haben alle irgendwie mit dieser Familie zu tun. Aber wir gehen jetzt... So sieht Live-Recherche aus. Ja, aber wir machen jetzt, wir machen jetzt wirklich den Herrn Kennedy, sonst sind da wirklich einige Menschen, wirklich danach. Die denken, das ist eine Dauerwerbesendung hier oder so. Also, das ist die Geschichte jetzt hier. Er wählt tatsächlich die Worte Ge-Verschwörung, ne, Conspiracy. Also, da beißt die Maus jetzt keinen Faden ab. Sind nicht wir, die das behaupten, ist der Präsident der Vereinigten Staaten, der das behauptet hat, bitteschön, ja. Der hat eine Verschwörungstheorie genannt, der Herr Kennedy. Der Herr Kennedy ist ein Verschwörungstheoretiker, ganz schlimm. Trotzdem haben den viele Menschen ganz toll gefunden damals, 1961, obwohl der eine Theorie geäußert hat. Und ich glaube, sein Tod ist mit der Best Beweis für diese Theorie. Ja, also der hat eine ganz Menge gesagt an diesem 27. April 1961 in dem Wahldorf Astoria Hotel in New York City. Und das hat er gesagt vor allen Dingen zu der Presse, zu den amerikanischen Zeitungsverleger Vereinigung. Da hat er das dann eben da geäußert. Ja, und deswegen geht halt hier eine Webseite hin direkt und sagt, Moment mal, das hat nichts mit nichts zu tun. Und erstens habe ich eine Webseite gefunden vom Tim Deutschmann. Wenn ich jetzt da reingehe, dann kann ich euch sagen, klar, also der hat geäußert, das ist doch ganz klar, was das ist. Logischerweise eine Mutmaßung, ja, warum er gesprochen hat, das kann nur alles mit Zinssystemen zu tun haben. Negativ Zins, das ist diese Verschwörung und so weiter. Das ist das, was er vermutet, dass eben dieses Finanzsystem dahinter steckt. Und ich sage, nö, das hat nichts mit nichts zu tun. Das nächste, was kommt, ist diese Webseite hier, die heißt Mythendetektor. Und diese Mythendetektor-Seite sagt jetzt hier folgendes. Ein Freimorger oder Kommunistin, welche Bedrohung meinte denn John F. Kennedy bei seiner Ansprache 1961? Denn die stellen sich auf den Standpunkt, und jetzt kommt es, ich mache das jetzt hier mal etwas heilgeleitet. Er macht das nämlich dann so, dass der Präsident angeblich über eben den Hauptgegner im Kalten Krieg gesprochen hätten, nämlich die Kommunisten und die Sowjetunion. So, das ist eben die Geschichte. Und sie sagen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass also bibelgläubige Christen, wobei immer die Frage ist, welche das sind und welche Bibel das ist, eben dann eine ganz andere Meinung dazu hätten. Und da muss man jetzt gar nicht so reingehen. Also nur nochmal dazu, diese ganze Geschichte bezieht sich darüber, dass viele Menschen glauben, es hat etwas mit Geld zu tun, mit der FED, oder aber jetzt hier mit dem Kommunismus. Aber nochmal zurück, Rolle zurück. Kennedy sagt was? Der sagt, eine monolithische und ruthless conspiracy, eine ruchlose oder halt eine richtig ganz, ganz fiese Verschwörung. Und genau da gehen wir jetzt endlich rein. Ruthless ist rücksichtslos, soweit ich weiß. Ja, hier nochmal ein Bild von Kennedy an besseren Tagen. So, und hier ist ein Transkript, also hier ist der Originaltext abgedruckt, auf der sehr hervorragend recherchierten Seite JFK Library, also zu deutsch ungefähr, wie John F. Kennedy Bücherei. Und hier gibt es also ein Archiv und das ist eben jetzt genau dieser Satz, beziehungsweise der komplette Absatz eigentlich schon, in Englisch. Okay? So, und hier genau steht nämlich genau das drin, eine monolithische und eine Ruthless Conspiracy. Also fetter und röter geht es dann da nicht mehr. Interessanterweise ist das so mit diesen monolithischen und diesen ganzen ruchlosen Verschwörungen. Das kommt auf anderen Ebenen auch noch vor. Zum Beispiel hier in diesem Artikel über Jesu ethische Wissenschaft vor 1773, ein historiografisches Essay. Gehen wir da mal rein. Das ist nämlich jetzt das Schöne, mit dem Computer kann ich nämlich direkt den Link öffnen. Essay ist ein Aufsatz. So, hier habt ihr die Seite hier. Und hier sagt jetzt jemand, ein Feldhai, der Herr Feldhai, der ist jetzt hier Rivka Feldhai. Das ist ein, wissen Sie jetzt überhaupt, Rivka Feldhai, muss ich wieder gucken. Habe ich jetzt da nicht reinkopiert, soviel ich weiß, ist das ein Historiker. Ja, eine Historikerin, Entschuldigung, eine israelische Wissenschaftshistorikerin. Die sagt auf dieser Seite folgendes aus. Während die Frau Feldhai dann eben gezeigt hat, dass die Flexibilität der jesuitischen Erscheinung oder den Anspruch an die Wissenschaft und so weiter ihnen öfters erlaubt hat, um da ganz viel zu studieren und sie zu ermutigen in ihren Veröffentlichungen, haben Kritiker immer gesagt, dass diese Frau Feldhai vermutet hat, dass die monolithische Sozietät von Jesus eben nicht existiert. Und das genau ist die Quelle für. Und die Quelle habe ich jetzt hier zum Glück im Skript drin. Hoffe ich zumindest, dass ich die da drin habe. Genau, die habe ich hier. Galileo und die Kirche. Politische Inquisition, also eigentlich heißt das ja Befragung, oder kritischer Dialog. Und da steht also genau dieser Satz drin, dass es da eben, bitteschön, eine monolithische Verschwörung angebt, oder beziehungsweise, Entschuldigung, eine monolithische Sozietät eben nicht existiert. Aber interessant, dass also genau eine israelische Geschichtshist oder eine Historikerin ja genau diesen Begriff einer monolithischen Sozietät von Jesus bringt. Das fand ich doch definitiv zumindest erwähnenswert, gell? Nochmal. A monolithic society of Jesus. Egal, ob die jetzt existiert oder nicht, aber der Zusammenhang von Sozietät von Jesu, also die Jesuiten mit der monolithischen, das glaube ich, dürfte ja jetzt nicht so oft vorkommen. So, und das ist jetzt hier die deutsche Übersetzung der Kennedy-Rede mit vielen Dank an Miss Marple über die Ansprache im 27. April 1961. Und da weiß ich jetzt nicht, ob der Jörg vielleicht nicht Lust hat, die vorzulesen. Schon das Wort Geheimhaltung ist in einer freien und offenen Gesellschaft abstoßend. Und wir sind als Volk von Natur aus und historisch gegen Geheimbünde, geheime Eide und geheime Verfahren. Wir haben schon vor langer Zeit entschieden, dass die Gefahren einer übermäßigen und ungerechtfertigten Verschleierung sachdienlicher Tatsachen die Gefahren, die zu ihrer Rechtfertigung angeführt werden, bei weitem überwiegen. Auch heute noch hat es wenig Wert, der Bedrohung von einer geschlossenen Gesellschaft durch Nachahmung ihrer willkürlichen Restriktionen entgegenzutreten. Selbst heute hat es wenig Wert, das Überleben unserer Nation zu sichern, wenn unsere Traditionen damit nicht überleben. Und es besteht die große Gefahr, dass ein angekündigtes Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit von denen aufgegriffen wird, die seine Bedeutung bis an die Grenzen der offiziellen Zensur und Verschleierung erweitern möchten. Darf ich eben da reinfahren und sagen, das ist genau die Situation, die wir jetzt gerade mit den YouTube-Videos haben? Ja, ich denke, dass JFK hier ein wenig das meint, was wir im Augenblick in vielen sogenannten demokratischen Staaten dieser Welt mitmachen, dass jede Demokratie in eine Tyrannei umkippt. Gerade Österreich hat da jetzt eine Vorläuferrolle genommen, sage ich jetzt mal so im Augenblick. So, ich mache es mal wieder lesbarer so hier. Okay. Das beabsichtige ich nicht zuzulassen, soweit es in meiner Kontrolle liegt. Und kein Beamter meiner Regierung, ob vom hohen oder niedrigen Rang, zivil oder militärisch, sollte meine Worte heute Abend hier als Vorwand interpretieren, um die Nachrichten zu zensieren, abweichende Meinungen zu ersticken, unsere Fehler zu vertuschen, unter der Presse und der Öffentlichkeit vorzuenthalten, was sie wissen müssen. Und da kann man so viel schon drüber kommentieren. Alleine über den letzten Satz, wenn wir uns nochmal an Rockefeller erinnern, den hast du ja, glaube ich, auch in einer der letzten Sendungen erwähnt, wo er meinte, dass er ja der Presse die letzten 40 Jahre gedankt hat, dass sie eben Geheimhaltung bewahrt haben über die ganzen Bilderberger und anderen Geheimtreffen, die sie hatten, dass ihre Pläne nicht ans Licht gekommen sind. Aber ich fordere jeden Verleger, fährt John F. Kennedy fort, jeden Redakteur und jeden Journalisten im Land auf, seine eigenen Standards zu überprüfen und die Natur der Gefahr unseres Landes zu erkennen. In Kriegszeiten haben sich Regierung und Presse gewöhnlich zu einem weitgehend auf Selbstdisziplin beruhenden Gemühen zusammengeschlossen, um unbefugte Offenlegungen an den Feind zu verhindern. In Zeiten klarer und gegenwärtiger Gefahr, also dieser schöne englische Ausdruck clear and present danger, haben die Gerichte entschieden, dass selbst die privilegierten Rechte des ersten Verfassungszusatzes dem Bedürfnis der Öffentlichkeit nach nationaler Sicherheit weichen müssen. Heute wurde kein Krieg erklärt. Und so heftig der Kampf auch sein mag, wird er vielleicht nie auf traditionelle Weise erklärt. Unsere Lebensweise wird angegriffen. Diejenigen, die sich zu unserem Feind machen, rücken rund um den Globus vor. Das Überleben unserer Freunde ist in Gefahr. Und doch wurde kein Krieg erklärt, keine Grenzen von marschierenden Truppen überschritten, keine Raketen abgefeuert. Wenn die Presse auf eine Kriegserklärung wartet, bevor sie die Selbstdisziplin der Kampfbedingungen auferlegt, dann kann ich nur sagen, dass kein Krieg jemals eine größere Bedrohung für unsere Sicherheit darstellte. Wenn Sie auf die Feststellung einer klaren und gegenwärtigen Gefahr warten, kann ich nur sagen, dass die Gefahr noch nie so deutlich und ihr Vorhandensein noch nie so nahe war. Es erfordert eine Änderung der Einstellung, eine Änderung der Taktik, eine Änderung der Missionen, von der Regierung, vom Volk, von jedem Geschäftsmann oder Arbeiterführer und von jeder Zeitung. Denn wir stehen weltweit einer monolithischen und rücksichtslosen Verschwörung gegenüber, die sich in erster Linie auf verdeckte Mittel stützt. Um ihren Einflussbereich zu erweitern. Auf Infiltration statt Invasion. Auf Subversion statt Wahlen. Auf Einschüchterung statt freier Wahl. Auf Guerillas bei Nacht statt Armeen bei Tag. Es ist ein System, das enorme menschliche und materielle Ressourcen in den Bau einer engmaschigen, hocheffizienten Maschinerie einbezog, die militärische, diplomatische, nachrichtendienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operation kombiniert. Ja, so sieht das aus. Zumindest die Übersetzung von Miss Marple RG. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Wer das jetzt noch immer noch erst mal sacken lassen muss, also hier steht genau der militärische und wirtschaftliche oder militärische industrielle Komplex quasi mit benannt. Und diplomatisch, nachrichtendienstlich bezieht sich natürlich auf den Geheimdienst. Also wir haben hier alles da drin. Und vor allen Dingen, sagt er, zum einen eine Verschwörung, zum anderen eine Änderung der Mission. Und wir wissen ja, dass Missionen eigentlich ein Aussenden von Agenten der Jesuiten ist, um die Reformation niederzuschlagen. Er spricht zwar jetzt davon, dass es eine Änderung der Einstellung der Missionen von der Regierung und vom Volk ist, aber interessant finde ich das schon, dass er jetzt ausrechnet dieses Wort Missionen hier drin hat. Ob er es nun weiß oder nicht. Oder je nachdem, wer ihm auch die Rede geschrieben hat, weiß ich nicht. Ich kann nicht wissen, ob der John F. Kennedy das selber geschrieben hat oder ob ihm jemand diese Rede geschrieben hat. Also auf jeden Fall haben wir hier die Missionen und wir haben die rücksichtslose Verschwörung da drin. Und wir haben genau, finde ich zumindest hier, also wirklich auf den Punkt hinweg genau die Geschichte hier mit drin, dass wir jetzt hier heutzutage Zensur und Verschleierung mittlerweile haben. Und er sagt jetzt hier, dass es also ganz, ganz, ganz erste Bürgerpflicht quasi ist, um die Menschen entsprechend adäquat und vernünftig, wahrheitsgemäß zu informieren. Und das ist genau das, was er hier anprangert. Nachrichten zensieren, abweichende Meinungen ersticken, Fehler vertuschen und eben den ganzen Sachen der Presse beziehungsweise der Öffentlichkeit vorzuenthalten, was eigentlich jeder wissen müsste. Deswegen finde ich diese Rede jetzt augenblicklich unglaublich wichtig. Ja, ich denke, ich rede damit für den Jörg und ich weiß nicht, wie klar man noch eine Rede zeigen soll von einem ehemaligen Weltpolitiker. Ich glaube nicht, dass ich ein Politiker heutzutage, egal in welchem Land, zu solch einer Rede im wahrsten Sinne des Wortes herablassen würde. hinreißen lassen würde, möchte ich eher sagen. Oder so, ja. Also ich möchte gerne mal auf den letzten Satz eingehen. Es ist ein System, das enorme menschliche und materielle Ressourcen in den Bau einer engmaschigen, hocheffizienten Maschinerie einbezog, die militärische, diplomatische, nachrichtendienstliche, wobei die letzten beiden hier wohl miteinander verwandt sind, wirtschaftliche und wissenschaftliche und politische Operationen kombiniert. Gerade die wissenschaftlichen Operationen, das ist das, was wir heute in 2020, 21, 22 mitmachen. Das ist genau das, was auf die Welt losgelassen wird unter dem Deckmantel eines Virus. Ja, wissenschaftliche und ich streiche jetzt das Wort und dazwischen, ich mache einen Bindestrich dazwischen, wissenschaftliche, politische Operationen und Operationen ist ja noch ganz interessant, weil das hat ja auch mit Medizin zu tun und das ist genau das, was die Welt heute regiert und ich will nicht sagen, dass der Candide das damals vorhergesehen hat, er hat nur versucht, alle Felder, alle Betätigungsfelder des Jesuitenordens in einem Satz zu nennen. Militär, Diplomatie, Nachrichten oder Geheimdienste, Wirtschaftsmacht, wissenschaftliche Lehren und politische Organisationen, alles miteinander kombiniert, ist alles in der Hand der Jesuiten. Wir müssen uns eben vorstellen, dass die Jesuiten eine Macht aufgebaut haben in den letzten 500 Jahren, die ihnen die totale Kontrolle über alle militärischen, diplomatischen, nachrichtendienstlichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Operationen auf dieser Welt sichert. Es ist alles unter jesuitischer Kontrolle. Und wenn mal einer aus der Reihe tanzt, dann wird er zur Strecke gebracht. Ob das jetzt wirtschaftlich ist, ob das jetzt ist, dadurch, dass man sein Leben vorzeitig beendet oder ihn einfach nur wirtschaftlich kaputt macht. Man denke mal eben an Strauß Kahn vor einigen Jahren, dem das passiert ist, weil die haben alle in der Hand. Und sie haben alle in der Hand durch, ja, naja, vielleicht kommt ein anderes mal zu. Möchte ich jetzt nicht, möchte ich jetzt nicht unbedingt darauf eingehen. Ich will auch nicht zu weit abschweifen, aber ich finde diesen letzten Satz, den finde ich sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen ist er dann sehr, sehr wichtig, Michael, wenn man weiß, dass er mit der monolithischen Verschwörung den Jesuitenorden meint. Und das ist leider etwas, was du auf keiner Seite irgendwo findest. Du hattest ja gerade das mit der Dänen oder Jüden oder was war das? Mit der israelischen Historikerin, genau. Ja, mit der Historikerin rausgeholt oder was, die dann noch abstreitet, das gibt es gar nicht. Ja, aber genau in dem Kontext eben. Genau in dem Kontext. Aber das ist eben genau das, was er gemeint hat. Und warum nur der Jesuitenorden mit einer monolithischen Verschwörung gemeint sein kann, wollen wir da jetzt schon drauf eingehen oder wollen wir uns da noch ein bisschen Zeit verlassen, Michael? Was ist deine Planung? Ich denke mal, wir machen einfach mal lockerglockig weiter damit. Also auch für jeden, was dabei ist, damit wir da jetzt nicht, glaube ich mal, nur die Sendung jetzt mit den Jesuiten füllen. Für mich ist einfach nur wichtig, dass man erst mal sieht, dass der Herr Kennedy eine Verschwörung genannt hat, dass er als amerikanischer Präsident, der Geheimwissen hatte, der involviert war in viele Vorgehen, der Entscheidungskraft hatte und der am Kopf einer, zumindest nach außen hin, einer souveränen Regierung stand, dass der gesagt hat, da gibt es eine Verschwörung, die sich gegen die ganze Welt richtet. Das hat er ja hier gesagt. Weltweit. Ja, das kann also nicht der Kommunismus sein. Oder die Vereinigten russischen Länder da. UDSSR. UDSSR. Union der sozialistischen Sowjetunion. Union zum Beispiel. Gut, dann lass uns auf die monolithische Verschwörung im Zusammenhang, wieso das die Jesuiten sind, die Erklärung davon ein wenig später eingehen. Dann lassen wir das für die Leute ein wenig als Spannungsträger hier, dass sie auch in der Zukunft noch zuschalten werden, wenn es wieder einmal heißt, was sagt die Bibel über wahre Verschwörungen? Also wahrscheinlich in einem anderen Teil. Ansonsten mal hören, wie weit es hier weitergeht. Bin interessiert, Michael. Mach mal weiter. Naja, wir können ja auch schon mal so, ich meine, wir können es natürlich verraten im Endeffekt. Immer sagen, guck mal hier, die Jesuiten sind der militärische Arm der grömisch-katholischen Kirche. Und natürlich haben die die Geheimdienste unter sich. Das kommt nämlich genau in dieser Folge auch noch raus. Und natürlich haben die die Wissenschaft unter sich. Das kommt in meiner englischen Folge Science is the New Religion raus. Und damit haben wir eigentlich natürlich klar, dass es nur irgendeine übergreifende Macht oder ein Bündnis, wie auch immer sein kann, oder ein Orden sein kann, der eben genau in diesen ganzen Bereichen aufgestellt ist. Es kann eben nicht irgendein kleines Land sein oder irgendein politisches System sein, denn das muss ja auch weltweit in irgendeiner Art und Weise jetzt schon eine Bedrohung darstellen. Weltweit. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass 1961 die Sowjetunion weltweit in puncto Wissenschaft jetzt so die überragenden Geschichten gemacht hat, außer mal halt den Herrn Gangerin da durch die Gegend zu schicken, angeblich. Okay, gehen wir mal weiter. Was ist ein Monolith? Ein Monolith? 1961 war aber ein interessantes Jahr, da haben sie doch auch, glaube ich, die Mauer gebaut, die davon auf einen sicher Herr Ulbricht meinte von, dass keiner die Absicht hätte, eine Mauer zu errichten. Niemand hat er gesagt, niemand. Und wahrscheinlich heißt einer von dem Bautrupp niemand. Und der hatte die Absicht, die Mauer zu errichten, ja. Ja, natürlich. Das habe ich in meiner Serie der Television mal gesagt. Ich sage, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und wahrscheinlich hieß einer von denen niemand. Also selbst da kann man den Leuten mit Sophistik nixen. Also was heißt eigentlich Monolith? Monolith heißt Denkmal bestehend aus einem einzig großen Steinblock aus dem Jahre 1829, aus dem französischen Monolith. Oder Monolithus. Deswegen meinte ich vorhin den Obelisk, ne? Ja, ja, genau. Die übertragende und bildliche Verwendung in Bezug auf eine Sache oder Person, die für unteilbare Einheit bekannt ist, stammt aus dem Jahre 1934. Eine Person, die eine unteilbare Einheit bekannt ist. Interessant. Hm. Ja, ihr wisst ja eigentlich, um wen es geht, ne? Es geht ja um die Geseten nach wie vor. Wer ist denn da die unteilbare Einheit? Auf wen schwören die denn da? Ja, ne? Ja, ist logisch, oder? Muss man das noch sagen in der Sendung hier? Nö. Ja, so ist das eben mit dem Herrn Kennedy. Herr Kennedy war einer der Könige der Welt und deswegen hat er dann auch an einem sonnigen Novembertag leider das Zeitliche gesegnet. Ich glaube, dass es kaum einen Präsidenten gab, der so beliebt war wie Kennedy. Also mir fällt einer ein in den USA, aber das sind wirklich die beiden Ausnahmen. Und deswegen hat das eben dann damit zu tun, dass die Bibel nämlich dann genau sagt in Englisch das, was ich nämlich jetzt hier leider im Augenblick aufgrund des neuen Skriptes noch nicht hier in Deutsch übersetzt habe. Entschuldigung für das Wunsch. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die Grote Stadt, die regiert über die Könige der Erde. Ja, und der ist der König der Erde gewesen, also einer der Könige der Erde, eigentlich so der mächtigste König der Erde, so ungefähr, zumindest als Präsident der Vereinigten Staaten. Deswegen hat der Mann ja auch hier die Faschzehbündel mit im Wappen, die man jetzt leider kaum sehen kann, weil irgendjemand jetzt hier meinte, das wäre wichtiger, hier die Unterschrift zu machen, dass man auch weiß, wer das ist. Naja, gut, okay, so sieht es aus. Also wer regiert über dem Kennedy? Über dem Kennedy regiert die Frau. Und wer ist die Frau in der Bibel? Die Frau bezeichnet immer eine Kirche. Aha, also regiert die Kirche über die Könige der Erde. Welche Kirche könnte das denn sein, wenn man dann hier einen römischen Adler hat mit römischem Faszien? Das ist schwer, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass er der erste offizielle katholische Präsident der Vereinigten Staaten gewesen ist. So viel mal eben so, ach, die Bibel ist ein altes Buch. Ja, von wegen. So, und deswegen habe ich nämlich genau diese monolithische Verschwörung, weil die sich nämlich genau gegen einen Kopf richtet. Und das ist eben genau die Geschichte. Er hat gesagt, es ist eine Verschwörung. Und nicht wir und nicht irgendjemand und nicht ein Ausschuss oder irgendetwas, sondern er hat das gesagt. Nochmal, es war genau diese israelische Historikerin, damals Feldhai, die genau gesagt hat, eine monolithische Sozietät von Jesus würde nicht existieren. Aha, und da bin ich komplett anderer Meinung, denn es gibt ein Oberhaupt, auf den die Jesuiten sich immer beziehen. Und das können wir ja ruhig dann benennen, diese Geschichte. Das ist nämlich dann der General der Jesuiten. Aus den ganz einfachen Gründen, das ist eine Soldatenorden, wenn man so will. Im Augenblick ist das der Herr Sosa. Das ist der hier. Das ist derselbe Mensch, der gesagt hätte, dass Kurs-Kurs-Kurs-Kurs entstanden ist. Hätte ich das jetzt mal, das Bild. Aber ich will das Bild hier gleich einfügen. Du hast meinen Bitschut-Kanal doch aufgemacht. Da ist das Video von ihm ja unter dem von heute. Da. Ja. Hopp, guck mal hier. Ein Mann. Der Monolith. Gell? Sagen wir es auch schon. Enter Fullscreen. Und damit wissen wir euch jetzt Bescheid, wer der Mann ist, hinter dem alle folgen. In der Richtung des Generals. Ja. Das ist meine Erklärung zu dem Video. Das ist deine Erklärung zu dem Video? Ja. Ich weiß. Aber er sagt ja letzten Endes, oder der Eid der Jesuiten, sagt ja letzten Endes, dass alle auf den General geschworen werden und nicht auf irgendjemanden. also alle folgen dem General. Ist ja klar, ist eine Armee. Naja, sie schwören sozusagen auf Jesus. Aber der General der Jesuiten muss, und das steht, glaube ich, rund 500 Mal in der Konstitution, also in der Verfassung der Jesuiten, dass der General als Vicarius Philidae, also als Stellvertreter Jesu Christi, auf Erden gesehen werden muss. Der gleiche Titel, den der weiße Papst ja auch für sich in Anspruch nimmt. Den hat der schwarze General, also der General der Jesuiten, ebenso. Und er muss von den Mitgliedern als der anerkannt werden. Also wenn sie auf Jesus Christus schwören, schwören sie auf ihren General. Das ist natürlich die große Gotteslästerung wieder einmal natürlich bei diesem Orden damit beinahm. Als ob wir da noch nicht genug von hätten. In mehreren Büchern steht beispielsweise benannt, dass der Herr Kennedy den Paarst besucht hat, und zwar am Juli 15. 19... Nein, ich muss noch mal anfangen. In vielen Publikationen steht benannt, dass Kennedys Verhalten auf dem anschließenden Besuch in Rom überhaupt eben keine neuen Beziehungen zum sogenannten Heiligen Stuhl in irgendeiner Art und Weise jetzt hervorgebracht hätten, sondern die damaligen Zeitschriften haben sich schon fast beschwert darüber oder zumindest ausgeführt, dass sie eben nicht sich niedergebeugt hätte und hingekniet hätte und auch nicht den Ring des Papst geküsst hätte, wie das eben Katholiken sonst auf solchen Treffen dann eben machen würden, sondern er hat sich also dann nur verbeugt und hat seine Hand geschüttelt. Und ja, deswegen kann man jetzt davon ausgehen, dass Kennedy zwar als erster Katholik, zwar Präsident der Vereinigten Staaten war, aber eben vermeiden wollte, das haben wir ja letztens schon gemacht, letztens schon benannt, dass er da jetzt nicht derjenige war, der jetzt öffentlich sich jetzt dem Papst unterordnen wollte. Zumindest kam das in der letzten Folge in seiner Rede da ja raus. Und in diesem Buch jetzt hier steht beispielsweise jemand benannt, wer, das ist der Henry Cabot Lodge, to visit the Vatican from time to time. Der Nixon, der Nachfolgepräsident, hat gesagt, ich habe den Henry gebeten, den Vatikan mal ab und zu zu besuchen und er hat dann wohl so informelle Memoranden geschrieben und so weiter und so fort. Und das fand ich sehr interessant. Wer ist denn dieser Henry Cabot Lodge? Naja, der Junior da. Das war ein Senator, ein amerikanischer Politiker, ein Botschafter bei den Vereinten Nationen in Südnitnam und in der Bundesrepublik Deutschland und als Sondergesandter beim Vatikan. Ach, guck mal hier. Bäh, 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 bäh. Stopp, stopp, stopp. Da muss ich jetzt mal eben eingreifen und was zu sagen. Warum haben die Amerikaner denn bitte schön einen Sondergesandten beim Vatikan? Weil die Amerikaner im Jahr 1867, wenn ich richtig informiert bin, nach dem Anschlag, der den Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche zur Last gelegt wurde, auf Abraham Lincoln alle offiziellen diplomatischen Verbindungen zum Heiligen Stuhl, also zum Vatikan, aufgekündigt haben. Und es war erst wieder bekannt, seit, ich glaube, Wilson, dem Präsidenten während des Ersten Weltkrieges, ist, dass es da Sonderbotschafter gab, also Sondergesandte, so Speziale Abgesandte oder eben auch Leute, die mehr oder weniger wirklich unter dem Radar geflogen sind, die also nicht offiziell irgendwie als irgendwas benannt wurden. Und der erste amerikanische Präsident, der offizielle diplomatische Verbindung mit dem Heiligen Stuhl wieder aufgenommen hat, war 1984 der Schauspieler Ronald Reagan, der auch dem Vatikan sein Land verkauft hat. Da habe ich auch mal eine Sendung drüber gemacht mit Tom Fress. Oder Tom Fress hat eine Sendung drüber gemacht. Ich habe das Video gemacht. Holy Father, I give you my country. Heiliger Vater, ich gebe Ihnen mein Land. Ich hätte die Folge auch nennen können vom Regen in die Traufe. Ja, das ist wahr, ja. Aber viele fragen sich, ja, wieso Sondergesandter? Was ist ein Sondergesandter? Weil eben Amerika keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zum Vatikan hatte, weil 1867 abgebrochen, weil damals durch die Hunter-Kommission klar und deutlich festgestellt wurde, dass der Vatikan und die Jesuitenorden hinter dem Anschlag auf Abraham Lincoln standen. Und da haben sie damals die offiziellen diplomatischen Kanäle gehabt. Und deswegen gab es Sondergesandte, unter anderem hier den Henry Cabot Lodge. Entschuldigung, aber das muss ich mir eben einfügen, weil es gibt ja Leute, die wissen das so nicht. Ist ja gut. Vor allen Dingen interessant ist, dass er 1952 seinen Sitz an den damaligen Kongressabgeordneten John F. Kennedy verloren hat. Also den fand ich auch sehr interessant. Vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, dass dieser Mensch ja mehrere Jobs hatte zur selben Zeit schon fast. Also der ist ja ganz weit rumgekommen, sozusagen. Ja, sehr interessant. Beispielsweise hier, bei der Präsidentschaftswahl 1960 trat er als Vizepräsidentschaftskandidat für den Republikaner Richard Nixon an, der jedoch den Demokraten Kennedy unterlag. In der Folge wurde er von Kennedy Ende Juni 1963 als Nachfolger von Trederic Nolting zum Botschafter in Süd-Vietnam berufen. Im Zuge der Buddhisten-Krise, wenn man das so nennen will, oder Vietnam why did we go, wurde Henry Cabot Lodge Jr. von Kennedy zum neuen Botschafter in Saigon berufen, mit dem Auftrag, den vietnamesischen Präsidenten Diem sozusagen zur Vernunft zu bringen, was sich das immer dann als bezeichnen soll, oder nach einer Alternative zu ihm zu suchen. Inzwischen freigegebene Dokumente belegen, das ist Wikipedia hier, dass amerikanische Geheimdienste den Sturz und die Ermordung die Jems aktiv herbeiführten. Aktiv herbeiführten heißt, die haben den ermordet. 14 Tage vor Kennedy bis dahin wurde behauptet, Lodge habe lediglich einigen unzufriedenen Militäroffizieren signalisiert, die USA hätten nichts gegen einen Putsch einzuwenden. Daraufhin kam es zu einem Militärputsch, in dessen Verlauf Diem vergeblich versuchte, die Unterstützung des amerikanischen Botschafters Lodge zu gewinnen. Der gab vor, sich nicht in innere Angelegenheiten Südmitznahmen einmischen zu können, also ist gelogen. Diem konnte zunächst fliehen, wurde jedoch von Suchtrupps aufgegriffen und ermordet. So viel mal eben. Zusammen mit seinem Bruder, Chef der Geheimpolizei. Wenn man da jetzt sieht, dass das also Menschen sind, die auch noch mit dem Vatikan in Verbindung stehen, wusste der Vatikan die ganze Zeit, was da läuft. Der Vatikan hat mehr oder weniger den Befehl gegeben, um den Diem da abzulösen, sage ich mal, weil der Diem auf eine zu harte Weise die Buddhisten verfolgt hat. Der Vatikan und die westliche Welt, der Vatikan konnte die westliche Welt nicht mehr beruhigen vor den Berichten, die rauskamen über die Selbstentbrandsetzung von buddhistischen Mönchen, die sich also reihenweise in Vietnam mit Benzin übergossen haben und lebendig verbrannt haben. Ich habe extra kein Bild davon eingefügt hier. Ja, da gibt es einige in dem Buch Vietnam, why did we go? Es geht ja auch nicht darum, dass man sich diese Bilder anguckt, es geht darum, dass man den Fakt kennt und das muss schon schlimm sein, wenn Leute sich lebendig verbrennen, weil sie für ihre Meinung stehen und wenn man dann noch als Christ weiß, dass es auch noch eine falsche Meinung war, das hat mir so wehgetan, als ich das gelesen habe. Aber die Bilder gingen damals um die Welt und der Grund war, dass Diem und sein Bruder, der die Polizei da geleitet hat und dann auch noch die, ich glaube, seine Schwägerin irgendwie da auch mit bei war, die Frau da, ich komme jetzt gar nicht mehr auf deren Namen, aber kann man sich in dem Buch raussuchen, Vietnam, why did we go? Die haben ein ganz, ganz grausames Regime geführt und eben er ist mehr oder weniger außer Kontrolle geraten, lass uns mal so sagen, und deswegen hat man ihn ermordet. Merkwürdigerweise gerade mal im selben November wie Kennedy, also ich glaube zwei Wochen, zweieinhalb Wochen vor Kennedy erlegt wurde, haben sie Diem erlegt in Vietnam. Ja, ich habe noch eine andere Quelle hier, aber mal eben kurz noch zu dem Herrn Lodge, 1964 hat er sich überraschend bei den ersten Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner in New Hampshire gegen Goldwater und Nelson Rockefeller, genau aus diesem Hause, durchgesetzt, zögerte jedoch zu lange seinen Botschafterposten zugunsten des Wahlkampfes aufzugeben. Also wer das glaubt, als erstes glaube ich, dass das überraschend war und ich glaube, das hat wohl seinen Grund, warum er 1964 dann da eben durchgestartet ist, nachdem Kennedy eben gar nicht mehr da war. Und ich glaube, dass man nicht lange zögert, sondern ich glaube, dass man abwägt oder ich glaube, dass man halt dann auch Menschen fragen muss im Hintergrund, welche Position man in der Politik einnimmt. Wir kennen das ja beispielsweise vom Parteizwang, solche ganzen Sachen und es gibt dann auch noch Dinge, die halt über der Partei stehen. Der war nicht umsonst Sonderbotschafter und dann war er später noch Sondergesandter der Vereinigten Staaten beim Vatikan, also zwischen 1970 und 77 und so weiter und so fort. Also der Mann hatte ganz gute Kontakte, denke ich mir, kann ich nicht beweisen, denke ich mir, bis oben hin, also bis zum Papst oder Vatikan, beinhaltet auch SMOM, beinhaltet auch die Jesuiten. Vatikan ist nicht nur der Papst, den man sieht. Vatikan ist auch die ganze Organisation, kann auch die Vatikanbank sein. Vatikan ist ein Staat. Beim Vatikan heißt jetzt nicht beim Papst, beim Vatikan heißt beim Staat Vatikan. Kann man sich einiges darunter vorstellen. Gut, hab noch eine zweite Quelle oder einen zweiten Menschen, genau den hier. E. Howard Hunt, ein amerikanischer Nachrichtendienstmitarbeiter, das hört sich jetzt so unglaublich unspektakulär an, der CIA und ein Schriftsteller. Es gibt ein Buch über ihn, das heißt Bond of Secrecy, mein Leben mit dem CIA-Spion und dem Watergate-Verschwörer, schon wieder eine Verschwörung hier, Watergate, E. Howard Hunt, also das Everett schenkt man sich, meistens sagt man E. Howard Hunt, das ist der berüchtigte, kann man nicht anders sagen, der berüchtigte CIA-Agent, der irgendwo seine Finger überall mit drin hatte, inklusive JFK, inklusive Nixon, Watergate. Aha. Interessanter der Geschichte ist jetzt folgendes, der war ein bekennender CIA-Spion, das ist jetzt die unfreundliche Bezeichnung eines amerikanischen Nachrichtendienstmitarbeiters, CIA-Spion, das ist die unfreundliche Ausdrucksweise für genau dieselbe Tätigkeit und der Kennedy hat und ich habe dieses Zitat nicht Stück für Stück in irgendeiner Art und Weise jetzt gefunden, dass ich sagen könnte, es ist genau an dem und dem Tag passiert, was ich weiß oder was allgemein gesagt wird, wissen kann ich das ja auch nicht, was allgemein gesagt wird, dass der Kennedy dieses Zitat geäußert hätte, nach dem Fiasko, in Anführungsstrichen, der Schweinebucht-Invasion 1961 in Kuba. Jetzt muss ich mal eben gucken, jetzt nichts Verkehrtes erzählen hier. Nee, und als Folge, Michael, kannst du ja in der Zwischenzeit weitersuchen, als Folge hat er ja seinen Bruder als CIA-Chef eingesetzt und hat den bisherigen CIA-Chef davor, jetzt frag mich nicht, wie der hieß, war das Colby oder was, ich weiß es nicht, abgesetzt und der war ein Malteser-Ritter und man schmeißt einen Malteser-Ritter als Chef der CIA nicht ungestraft von seinem Posten. Wieder ein Grund. Für die Ermordung von JFK. Ja, das war ja die angebliche Versuch, den Herrn Castro loszuwerden in 1961. Ich habe eine ganz andere Vermutung über diese Invasion in der Schweinebucht. Wie gesagt, das ist eine Vermutung jetzt. Die Vermutung ist nämlich nicht, dass ich glaube, dass der CIA oder wer auch immer versucht hat, den Fidel Castro loszuwerden. Ich glaube eher, dass der CIA und andere hochrangige Regierungsmitglieder versucht haben, JFK loszuwerden bei der Invasion in der Schweinebucht. Die haben niemals versucht, den Castro loszuwerden. Michael, aus dem einfachen Grund, der Castro war ein Jesuitenpriester. Das weiß ich, ja, genau. Also das ist unmöglich. Der war unter dem Vatikanischen Schutz. Niemals hätte man den da wegnehmen wollen. Aber Kennedy hat halt außerhalb der offiziellen Agenda in diesem Moment gespielt. Und es gibt zu der Zeit auch noch eine andere Invasion, die man eigentlich planen wollte. Mit der Schweinebucht hängt das glaube ich irgendwie zusammen. das ist die Operation Northwoods, wo sie doch geplant hatten, ein Flugzeug zu entführen unter falscher Flagge. Musst du mal gucken. Operation Northwoods. Ja, das geht noch viel weiter. Ich weiß nicht, ob wir da diese Folge wahrscheinlich nie mehr zu kommen. Das wird noch so abstrus mit dieser Operation. Das wird noch so abstrus. Das ist 1962 dann. Ja, ja, das war im Vorlauf zur Schweinebucht, meine ich. Nein, Schweinebucht war 1961 hier. Ja, oder dann nachher. Dass sie halt diskutiert hatten, ja, wenn mit der Schweinebucht das nicht gelungen ist, dann machen wir das mit Operation Northwoods. Das heißt, wir wollen ein Flugzeug entführen lassen unter falscher Flagge. Nach dem Motto, hier die Kubaler entführen ein Flugzeug oder schießen ein amerikanisches Flugzeug ab. Das ist die Operation Northwoods. Das ist inzwischen ganz offiziell freigegebenes Dokument, wie hier steht, unklassifiziert. Das ist genau wie der Vorfall in der Bucht von Vietnam. Wie heißt das da? Golf of Tonkin. Tonkin, ja. Golf of Tonkin. Das ist auch so eine Verschwörungstheorie. Das ist auch inzwischen keine Theorie mehr. Das sind ganz offizielle, da sind die Geheimdienstpapiere veröffentlicht. Die sind unklassifiziert worden. Man kann die nachlesen. Das war damals ein Angriff unter falscher Flagge, wo sozusagen ein vietnamesches Kanonenboot auf ein amerikanisches Schiff geschossen haben soll und das hat zur Eskalation des Vietnamkrieges damals geführt. Das ist ein Angriff unter falscher Flagge und da erzählen die Leute mir von, ja, aber Jörg, 9-11 war niemals ein Angriff unter falscher Flagge, weil sowas gibt es nicht. Pearl Harbor war einer, Schweinebucht war einer, Operation Northwoods war einer und Golf of Tanken war einer und es gibt noch mehr. Gehen wir zurück an Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem amerikanisch-mexikanischen Krieg. Massenvernichtungswaffen bei Saddam Hussein und so weiter und so fort. Ja, aber wenn du auf das Schiff da gehst, amerikanisch-mexikanischer Krieg 1898, 1899, da wurde auch in Kuba ein Schiff angegriffen, das war auch eine false flag. Amerikanisch-mexikanischer Krieg und dann dieses Schiff da, das muss 1898, 1899 gewesen sein oder sowas. in der Zeit. Und da war doch dieses eine Schiff da, hier die USS Maine im Hafen von Havanna, genau, die wurde damals unter falscher Flagge angegriffen. Ist schon lange her, ne? Es gibt keine falsche Flaggeangriffe, nein. Es gibt keine Verschwörungstheorien, nein. Ja, und aufgrund dessen, dass der Kennedy, ich sag mal jetzt einfach so, von der CIA restlos entdeutscht zerschlagen. Ja, enttäuscht war, hat er wohl gesagt, da gibt es jetzt hier keine Aufzeichen, aber das ist ein sehr, sehr bekanntes Zitat, was ihm zugeschrieben wird, um das mal so auszudrücken. I will splinter the CIA into a thousand pieces and scatter it into the winds. Also zu deutsch, ich werde die CIA in 1000 Stücke schlagen und sie in Wind zerstreuen. Weißt du, an was mich diese Aussage erinnert, so wie er das sagt? Gone with the wind. Nein, nein, oh, nein, nicht so was Profanes. Nein, an etwas Bibelisches. Es erinnert mich an Daniel Kapitel 2, wenn der Stein nicht ausgehauen von Menschenhand die Statue in den Füßen treffen wird und sie wie Staub mit den Winden zerstreuen wird und über die ganze Erde verteilt werden wird. Und dann wird der Stein nicht ausgehauen von Menschenhand, wird groß sein wie ein großer Berg und wird die ganze Erde umfassen. Da erinnert mich das ein bisschen dran. Und ob er diesen Satz jetzt gesagt hat oder nicht, das steht ja überhaupt nicht zur Debatte. An ihren Taten werdet ihr sie erkennen, sagt die Bibel, um mal eben auf die Bibel zu kommen. Wir machen die ja eigentlich Verschwörung im Lichte der Bibel. An ihren Taten werdet ihr sie erkennen, wenn er den Malteser-Ritter, Vorsitzenden der CIA, rausschmeißt und seinen Bruder an dessen Stelle setzt, dann sind es die Taten, an denen man erkennen wird, ob er das jetzt gesagt hat oder nicht. Er hat das gemacht. Und wer war der Vorsitzende 1962? Da kannst du mal eben nachgucken, wer das war. Das suche ich jetzt gerade hier. Ja, da musst du ein bisschen weiter runter gehen. Aber das wirst du da sicherlich drin finden. Dulles, ich dachte schon, Dulles war es genau. Die Dulles-Brüder, die ja im Vietnamkrieg so unglaublich aktiv gewesen seien. Ja, es war Alan W. Dulles und der andere war John Foster Dulles. Das war sein Bruder, glaube ich. Und die beiden waren eigentlich in der Kennedy-Administration sehr hoch und die waren beide Jesuiten gelinkt. Ich glaube, der eine war Jesuit, der andere war Malteser-Ritter oder was in der Richtung. Und den Dulles hat er da rausgeschmissen. Ja, und das haben die sich natürlich nicht gefallen lassen. Ja. Genau. Und dann machen wir weiter. Ich heiße ja genau, warum ich den E. Howard Hunt benannt habe. Ja, das habe ich ja nicht nur gemacht, weil ich jetzt irgendwie den jetzt hier benennen wollte, weil er CIA-Mitarbeiter war oder weil er jetzt irgendwie etwas mit dem Watergate zu tun hat oder weil er irgendetwas mit JFK zu tun hat. Auch noch nicht mal. Also dieser Mensch taucht so permanent auf. Das war einer der Menschen, die bei Watergate aufgefallen sind. Und bei Watergate erzählt man sich auch die vermutlich irrige Geschichte. Das hätte irgendetwas mit dem Wahlkampf zu tun. Das hatte wohl eher doch auch mit JFK zu tun. Aber das ist eine ganz, ganz andere Geschichte und würde jetzt hier viel zu weit führen. Aber dieses Gesicht taucht also permanent überall auf. Und jetzt guckt mal, was ich mitgebracht habe. Wie gesagt, wenn das Zitat stimmt, dann war er natürlich ein Feind von Kennedy. Er war ja in der CIA. CIA heißt ja Catholics in Action bzw. Central Intelligence Agency. Das heißt, eine Abkürzung kann ja mehrere Bedeutungen haben. Also, ich habe euch den Herrn Howard Hunt mitgebracht aus dem Grunde. Gibt hier eine Dokumentation. Die heißt ein Coup aus Amerika. A Coup made in America. Eine Dokumentation von 1998, die eben in der Show Turning Points, also Wendepunkte der Geschichte gezeigt wurde. Hier wird gezeigt beispielsweise, dass also auch der Kardinal Spellman aus New York, der ja ganz, ganz farbenfroh letzten Folge bei dem Dinner von R. Smith zusammen mit dem Herrn Nixon und mit dem Herrn Kennedy da stand. Und der Kardinal Spellman, der hat nämlich dann teilgenommen in einem psychologischen Krieg. Also, wir haben ja permanent psychologische Kriege, beispielsweise auch über das Fernsehen laufen, was die Leute dann gar nicht als solchen empfinden. Und den habe ich jetzt hier mal mitgebracht. Das bezieht sich nämlich dann hier nicht nur auf den Herrn Spellman, sondern auf den Erzbischof Arellano Cardinal Spellman hat eben genau seinen Gegenspieler, sozusagen Guatemala überzeugt, hier auch die Gläubigen quasi gegen Kommunisten und gegen dieses und jenes dann da in Wallung zu versetzen. Also, wir sehen, der eine hat mit dem anderen zu tun, muss das hier mal eben, das ist mit der neuen Maus echt schwierig, das immer hier so zu timen. So, der eine nimmt halt Kontakt mit dem anderen auf. Wie geht das denn? Ja, das erzählt euch das gleich der Herr Hunt. Die CIA hat nämlich dann einen Brief genommen und hat das eben dann in Guatemala verteilt. Also, die CIA hat also dann Briefe von Spellman in Guatemala verteilt. Das ist ja interessant, was die alles zu tun haben. Und dann hatten sie eben das Okay von dem Cardinal Spellman eben damit fortzufahren. Und jetzt kommt genau der Mann, der E. Howard Hunt heißt. Und er sagt jetzt hier in diesem Interview, wir werden dieses Interview gleich lesen, zumindest drei Sätze davon, die können wir auch dann gleich nochmal eben mit dem Deepil oder so übersetzen. Und er hat eben hier gesagt, das ist hier automatisch aus diesem Video übersetzt. Wouldn't presume to trace the lines of authority within the Catholic Church how? Also, ich könnte also überhaupt nicht abschätzen, die Linie der Autoritäten oder halt der Autoritätsverlauf innerhalb der katholischen Kirche. Und jetzt passt mal auf, was er jetzt gleich sagt, das ist nämlich dann wirklich der absolute Hit. Wie sie ihre Informationen bekommen, aber die kriegen sie. Und wir haben immer gesagt, also wir, sagt er, also vermutlich meint er mit wir, die CIA, we've always said, you know, in an admiring way, also in einem bewundernswerten Art und Weise, ja, haben die Jesuiten die größten Geheimdienst der Welt geformt. Das sagt ein CIA-Mitarbeiter, E. Howard Hunt, der Verbindungen hat zum Anschlag auf JFK und der Verbindungen hat zum Einbruch zum nächsten Watergate-Skandal. Und der es wissen sollte, da die CIA ja selber gegründet wurde von Malteser-Rettern. Ja, das sagt er selber. Wir wissen doch den Wild Bill Donovan und Richard Gehlen oder Reinhard Gehlen, wie ist er? Reinhard Gehlen, ja, Reinhard Gehlen, der Deutsche. Und das, was er hier sagt über den admiring way, but they, the Jesuits, have formed the greatest intelligence service. Die Jesuiten haben den besten Informationsdienst oder Nachrichtendienst gegründet. Da müssen wir jetzt vielleicht mal eben eine Minute dabei stehen bleiben und den Leuten erklären, ja, wie machen die sowas denn? Die Jesuiten sind von Anfang an immer die Konfessionsväter, also die Beichtväter gewesen, der Führenden der Länder, der Könige der Erde. Ich habe da verschiedene Beispiele von reingebracht, unter anderem auch in der Lesung von Griesinger, wie Michael sie vielleicht auch noch daran erinnert, da hast du ja auch daran teilgenommen. Wir hatten zum Beispiel über den, wenn du dich vielleicht erinnerst, de la Chaise gesprochen, der der Beichtvater war von König Ludwig XIV, dem sogenannten Sonnenkönig in Frankreich. Und der den aufgrund seiner Beichten dazu gebracht hat, ihn damit zu erpressen und dazu gebracht hat, das Edikt von Nantes aufzuheben und damit den Krieg gegen die französischen Protestanten, die Huguenotten, wieder aufflammen zu lassen. Das ist nur mal ein kleines Beispiel von Hunderten, von Tausenden. Die Jesuiten sind die Beichtväter der Führenden dieser Erde und sie strecken ihre Finger bis ganz runter raus. Wenn sie die Beichtväter der Bischöfe sind, ja, Bischöfe müssen auch zur Beichte gehen, meine Lieben. Wenn sie die Beichtväter der Kardinäle sind, wenn sie auch Beichtväter der teilweise normalen Priester sind und damit ihr Ohr direkt am Volk haben, was glaubt ihr denn, was für eine Informationsflut die haben? Die wissen überall in der Welt, was vorgeht. Denn die Jesuiten haben nicht nur den besten Nachrichtendienst selber geformt, sondern sie haben alle anderen Nachrichtendienste überhaupt erst aufgestellt. Der Mossad wurde aufgerichtet von Reinhard Gehlen. Ja, ein Nazi, ein Deutscher aus dem Dritten Reich, General, hat den Nachrichtendienst der Israelis aufgebaut. Man höre und staune. Das ist ein Fakt. Der Wild Bill Donovan, also William Donovan, der Malteserritter war, hat mit Gehlen zusammen die CIA aufgebaut. Und Gehlen hat alleine den Mossad auferrichtet. Die Jesuiten haben alle Nachrichtendienste dieser Welt unter Kontrolle. Und deswegen haben sie den größten Nachrichtendienst, den es jemals gegeben hat. Und genau das sagt der Howard Hunt. Er weiß es, er sagt es euch nur nicht mit den Worten. Und das ist eben genau das, was wegen ich in einer der letzten Folgen gesagt habe, dass eben Propaganda für die der Geheimdienste, der Geheimdienste ist aus dem Vatikan. Und das ist jetzt hier quasi die Bestätigung dafür. Also ich erzähle mir jetzt nichts, ich sorge mir nichts aus den Fingern, sondern ich lese und ich werte das so, wie ich das sehe. Und wenn da so viele Indizien dazu hinweisen, natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen und sagen, und das ist ein notorischer Lügner. Aber die Sachen kommen aus allen möglichen Ecken. Und wie gesagt, ich kann jetzt auch das Interview sozusagen oder dieses Transkript von diesem Video jetzt hier bezeichnen. Ja, we've always had an admiring way that the Jesuits formed the greatest intelligence service in the world and always have. Also immer schon gewesen. Ist nicht hier einfach jetzt so nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden oder sowas, sondern immer schon gewesen. Muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, sozusagen. Das ist eben genau diese Geschichte in dem Video. Das hat er selber gesagt. Die haben das okay gekriegt vom Kardinal Spellmann, also quasi vom amerikanischen Papst, eben da weiter zu machen. Und er kann sich jetzt so die Autoritätsgeschichte oder die ganzen Informationsweiterleitungen innerhalb der katholischen Kirche jetzt nicht so unbedingt jetzt so vorstellen. Aber egal wie, wir haben immer das bewundert, wie die Jesuiten eben den größten Geheimdienst der Welt aufgerichtet haben und immer schon gehabt haben. Always have. So, das ist die Geschichte eben zu dem Herrn E. Howard Hunt. Und zu dem könnte man auch viel mehr sagen von seinen Todesbettbegeständnissen und so weiter und so fort, wer da alles drin verwickelt war. Und unter anderem hat er dann auch den Lyndon B. Johnson. Also wo ich mal gesagt habe, das ist der neue König, der freut sich immer darüber, dass der alte König nicht mehr da ist. Das ist der direkte Nutznießer, zwei Stunden später schon vereidigt worden, in einer Rekordzeit sozusagen. Da hatte man dann direkt schon wieder den nächsten Präsidenten, der immer schon Präsident werden wollte, der auch verwickelt war in kriminelle Aktivitäten noch und nöcher, wo auch einige seiner Mitarbeiter oder seiner, wie soll man sagen, Handlanger auch in Attentate verwickelt waren. Ganz, ganz schlimme Sachen passiert bei Lyndon B. Johnson. Und der natürlich ein, wenn man so will, ein Befürworter des Vietnamkriegs par excellence gewesen ist. Und wer das nicht glaubt. Und auf geistiger Ebene, der Lyndon B. Johnson ist derjenige, der 1954 das 501c3-Gesetz in Amerika rausgebracht hat, wo also damit alle Kirchen steuerbefreit sind, unter dem steuerbefreiten Status 501c3 leben. Und deswegen sind sie Regierungsagenturen. Das war Lyndon B. Johnson. Ich habe jetzt hier in der nächsten Reihe der Unwägbarkeiten oder der Unappetitlichkeiten, ist ja keine appetitliche Reihe in dem Sinne, habe ich jetzt hier drin stehen, Miranda Prosus. Das ist ein plebsisches Enzyklikel, was rausgekommen ist am 8.9.1957, also noch vor der Amtszeit von John F. Kennedy als Präsident und während der Amtszeit von John F. Kennedy als Gouverneur von Massachusetts. Dann gehen wir doch da mal rein. Das ist Miranda Prosus ausgerechnet von Pius XII. Das ist, wenn man so will, Hitlers Papst. Eugenio Pacelli. Botschafter, Staatssekretär und danach Papst. Eine Hierarchie, die Hierarchie hochgestolpert sozusagen. Ganz kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges noch Papst geworden. Und er hat hier ein Rundschreiben gemacht, beziehungsweise aufgesetzt, diktiert, des Heiligen Vaters, nenne niemand deinen Vater, steht in Matthäus 23 in der Bibel drin, Pius XII. Durch Gottes Vorsehung Papst. Ich dachte immer, die wären gewählt. Aber hier steht eben durch Gottes Vorsehung Papst. Und hier steht eben da drin, dass der Apostolische Stuhl und so weiter, der Papst und so weiter, über Film, Funk und Fernsehen zu sagen hat. Und dass die Kirche also ein Interesse daran hat, diese Schöpfungen der Technik eben dann zu benutzen und eben dann den Menschen ihre Botschaft zu bringen. Eine Botschaft des ewigen Heils und so weiter. Also das hört sich alles ganz toll an, wenn man nicht weiß, was für eine Agenda die katholische Kirche hat. Aber nochmal, das ist 1957. 1957 hat schon die Kirche selber gesagt, dass sie also jetzt da das Medium Film, Funk und Fernsehen schon ganz hervorragend dafür erhält, eben ihre Botschaft zu verbreiten. Und wenn man jetzt überlegt, ich weiß nicht, ob das jetzt hier reinkommt, muss man eben gucken, muss man eben suchen. Wenn man jetzt überlegt, dass der Vatikan, ich glaube, das kommt später noch, das habe ich jetzt hier, doch, da ist es schon, ja, wo die schreiben hier, es ist jetzt mehr als 20 Jahre her, dass unser Vorgänger hochseligen Angedenkens, nämlich Papst Pius XI., unter Benutzung des, Zitat, wahrlich wunderbaren Hilfsmittels Marconis, die erste Rundfunkbotschaft an alle Völker und an welches Geschöpf richtete, wenn man jetzt mal drüber überlegt, wie hieß noch die Kabine des Funkers auf der Titanic, das war der sogenannte Marconi-Room, Marconi-Room, genau. Nicht Macaroni. Nee, 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 Marconi-Room. Und ich kann ja sagen, ich habe ja in Englisch schon die Sendungen abgedreht mit Brad, Science is the New Religion. Da ist es so, dass Nikola Tesla sagt, dass Marconi ihm das Patent geklaut hätte. Also, der Marconi hat, beziehungsweise die Firma Marconi hat übrigens auch den ersten Vatikansender damals in Betrieb genommen. Das ist nämlich genau das, worauf dieses Miranda-Porsos hier anspielt. Das ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Genau, das ist nämlich genau die Rundfunkbotschaft an alle Völker und an jegliches Geschöpf. Das ist die Geschichte dazu. Das heißt, damals schon ist es so gewesen, dass das Papsttum, drücken wir es mal einfach so aus, dass das Papsttum schon die Rolle des Fernsehers, des Kinos und des Rundfunkapparats als eminent wichtig eingeschätzt hat. Das ist jetzt quasi hier nur die offizielle Verlautbarung. Aber sie hatten ihren eigenen Sender schon mehr als 20 Jahre früher. Das muss man dazu sagen. Wir reden jetzt hier über Rundfunksender, 20 Jahre vorher. Wir reden jetzt hier nicht über einen Fernsehsender. Wobei, 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 da natürlich dann ein paar Jahre später, kurz nach dem Attentat von Kennedy, ein neues Enzyklika herausgekommen ist, was dann heißt Inter Mirifica, wo es nämlich genau darum geht, dass der Papst, beziehungsweise der Vatikan hier, dann eben sagt, dass die katholische Kirche angeblich von Christus gegründet wäre, wovon ich überhaupt nichts weiß. Und die auch dazu sagt, dass die Kirche ein ursprüngliches Recht darauf hätte, diese soziale Kommunikationsmittel zu benutzen und zu besitzen. Und das bezieht sich jetzt hier darauf, dass sie sagen, wir sind die Kirche, die von Christus gegründet ist und wir haben ein ursprüngliches Recht darauf, jedes dieser sozialen Kommunikationsmittel zu benutzen und zu besitzen. Jedes meint alle, meint nicht jetzt nur Radio Vatikan. Zu besitzen, Michael. Zu besitzen, ja. Das ist das, worauf es ankommt. Zu benutzen einerseits, aber zu besitzen, das heißt im Endeffekt, ist alles, was mit Medien, wie wir es heutzutage nennen, zu tun hat, Eigentum der römisch-katholischen Kirche. Und ich möchte nur mal ein ganz kurzes Beispiel angeben. Rupert Murdoch, der Eigentümer von dem ganzen Fox-Konglomerat, also nicht nur Fox-Hollywood-Filme, sondern auch Fox-Nachrichtensender und diese ganzen Fernsehsender in Amerika und weltweit. Dieser Rupert Murdoch ist ein Ritter vom Gregorius-Orden. Und diese Ritter sind das deswegen, eben weil sie sich dem Papst unterstellen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und der Punkt ist, und ich bin ja in den Videos darauf eingegangen, ich weiß nicht, ob du dir vorbereitet hast, die Bilder davon eben zu zeigen, von Herrscher des Bösen 17, 18 und 19. Ihr seht das hier in dem Bild von Michael. Das ist hier Herrscher des Bösen 17 auf Deutsch. Da geht es um Miranda Prorsos. In Nummer 18, die nächste Folge, da geht es dann um Intermirifika. Da müsstest du mal eben die Liste runter scrollen an der Seite. Ach, du bist schon da. Da bist du auf dem Video. Wer kontrolliert die Medien? Ja, Intermirifika, das ist dann Nummer 18 und dann das nächste ist Intermirifika, 50 Jahre später, nochmal ein Papier, das da rausgebracht wurde, was wir auch noch besprochen haben. Besser. Ich möchte ganz ehrlich sagen, als kleiner Tipp, also wenn ihr dieses Video geschaut habt, von Michael, dann schaut euch danach mal die drei Folgen von Herrscher des Bösen an und euch werden die Haare zu Berge stehen. Das kann ich euch garantieren. Ja, so sieht das aus. Und deswegen habe ich das jetzt auch quasi zum Abschluss dieser Sendung jetzt hier geplant, das hier mal so zu machen, und das ganz klar ist, dass die katholische Kirche, wir gucken uns mal eben an, wann das rausgekommen ist, guck mal hier, 1963 1204, wisst ihr, wie spät das ist? Das sind ganz genau zwölf Tage nach der Ermordung von Kennedy, ist dieses Dekret, also dieses Dekret Intermirifika, wo die Kirche selber sagt, also das Papsttum sagt, dass sie das Recht hätte, alle sozialen Kommunikationsmittel zu benutzen und zu besitzen. Und das heißt für unsere Zeit heutzutage inklusive euer Smartphone, inklusive euer Computer, inklusive eure Festplatte, inklusive eure und unsere Daten. Ihr seid nur Benutzer dieser Geräte, aber ihr seid nicht die Eigentümer der Geräte. Das ist der ganze Trick, der sich dahinter verbindet. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das hat auch seine Gründe, warum die Smartphones heutzutage noch gerade mal 100 Euro kosten teilweise. Das ist die Geschichte dazu. Deswegen wollte ich jetzt damit abschließen, mit diesen zwei Geschichten. Stell mal einfach noch eine Frage hier. Und zwar gehe ich jetzt mal hier drauf ein, wir sind noch lange nicht da, aber ich gehe mal einfach hier drauf ein und ich sage mal hier JFK 22.11.1963. Jeder weiß, was an dem Tag passiert ist. Okay? Der Anschlag. Ja, ich meine jetzt nicht Stephen King. Ich meine jetzt noch mal so allgemein. JFK, sagen wir mal, Attentat. Attentat. Zack. Ja. So, ich möchte jetzt nicht die ganz grauseligen Bilder zeigen dafür. Ja, ich zeige jetzt nur mal irgendein Bild, beispielsweise dieses hier. Ich wähle mir absichtlich kein besonders präsentes Bild aus. Ja, aber ich sage jetzt mal eins. Ich habe mich lange mit dem Fall Kennedy beschäftigt. Ich habe mich natürlich auch vorbereitet auf solche ganzen Geschichten, mir auch Überlegungen gemacht, wie man solche Sachen anpacken kann. Und genau jetzt sind wir bei dem Punkt Inter Mirifika und Miranda Prosos, dass die Kirche sagt, sie hat das Recht auf alle sozialen Medien. Und wenn wir das wissen jetzt, müssen wir eine ganz andere Herangehensweise für die Zukunft haben, wenn wir uns diesen Fall überhaupt angucken möchten, über die Beseitigung des amerikanischen Präsidenten, um es mal so zu sagen. Wisst ihr, oder könnt ihr jetzt aufgrund dieser Geschichten, wenn ihr jetzt wisst mit Miranda Prosos und Inter Mirifika, könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie viele Fotos und Filme es gibt von der Ermordung des amerikanischen Präsidenten John Fitzgerald Kennedy, die nicht manipuliert sind. Keinen einzigen. Ich habe nichts gefunden bis jetzt, wo ich sagen könnte, dass das Foto glaubhaft ist oder dass da nichts rein touchiert wurde. Egal, wo ich angefangen habe zu gucken, ich habe immer etwas gefunden, wo ich sage, oh nein, das kann ja jetzt nicht sein. Oder oh, guck mal hier, warum hat das keiner gesehen? Oder guck mal da, das kann überhaupt nicht sein. Und wo alles Mögliche nicht so ist, wie es eigentlich oder eigentlich nur so scheint, als wenn es so ist. Also, ihr werdet eures Lebens nicht froh, wenn ihr da von der irrigen Maßgabe ausgeht, dass alles an dem Tag zufällig passiert ist und irgendein völlig schwachsinniger sein Leben an diesem Tag quasi vorgezeichnet hat und da einfach mal irgendwie wahllos irgendwo abgedrückt hat und gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will jetzt hier zurück nach Russland oder sowas. Alles völliger Blödsinn. Das heißt, die Medien waren schon zum Zeitpunkt der Ermordung von John F. Kennedy waren die schon kontrolliert. Und das sagt ja auch der Herr Swinton in seiner Rede 1880 irgendwann. Von daher, es gibt kein Fotomaterial, es gibt kein Filmmaterial, dem man vertrauen kann. Das Einzige, was man machen kann, ist folgendes, meiner Meinung nach, wir können die Bibel nehmen, dann wissen wir, wer ihn ermordet hat und wir können den gesunden Menschenverstand nehmen. Betonung nicht auf gesund. Das ist das, was Regierungen und Autoritäten nicht möchten. Die möchten, dass Menschen einfach nur gehorchen und am besten aus Angst gehorchen. Das ist das, was die Regierungen möchten. Und deswegen werden alle Menschen, die sich mit normalen Gedanken befassen, als Spinner abgetan, nach dem Motto, wie könnt ihr euer eigenes Gehirn benutzen? Dafür seid ihr überhaupt nicht ausgebildet. Ja, und das ist völliger Blödsinn. Der Mensch ist ein göttliches Wesen, der Mensch besteht aus einer Seele, der Mensch ist nicht einfach nur wabbeliges, doofes Fleisch. Ja, ich weiß, manchmal hat man vielleicht andere Ideen, aber nochmal, es gibt nichts nicht manipuliertes bei der Kennedy-Geschichte. Das heißt, wir können hier einfach gar nicht aufgrund von Bildern oder auf irgendwelchen anderen Tatsachen jetzt großartig fußen. Wir müssen komplett anders da rangehen. Wir müssen komplett mit dem gesunden Menschenverstand rangehen und sagen, was ist dann ja überhaupt passiert. Wir wissen, Kennedy hat sich eine ganze Menge Feinde gemacht und wir wissen, dass der Herr Kennedy gesagt hätte, er möchte gerne die CIA in tausend Stücke zersplittern und das war schon zwei Jahre, bevor dieses Attentat hier in irgendeiner Art und Weise erfolgt ist. Das heißt, diejenigen Leute, die der Kennedy nicht mochte und ihn die genauso nicht, die haben sich im Laufe der zwei oder zweieinhalb Jahre, wo er dann da regiert hat, haben sie sich da also wirklich genug Zeit gehabt, um sich irgendetwas zu überlegen. Aber wir überlegen uns jetzt einfach mal für die nächste Folge, wie es denn noch interessanter beziehungsweise wie es dann noch besser aufgebaut sein kann, weil ich denke, die Sachen, die wir jetzt in dieser Folge benutzen, haben und benannt haben, die hat so kaum eine auf dem Schirm. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche JFK-Dokumentationen gibt, die also genau über den religiösen Hintergrund und über die ganzen Geschichten da in irgendeiner Art und Weise dann sprechen. Und ich denke, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um da aufzuhören. Ich möchte gerne noch mal das Wort von Michael aufgreifen, dass er gesagt hat, wir müssen unseren gesunden Menschenverstand gebrauchen. Gerade in der Zeit, in der wir heute leben, in den frühen 20er Jahren des 21. Jahrhunderts, ist es so, dass dieser gesunde Menschenverstand uns abtrainiert wird. Und er wird uns abtrainiert eben von genau diesen Medien, ob es jetzt Radio ist, ob es Fernsehen ist, ob es Smartphone, Internet ist, ob es Zeitschriften, Zeitungen sind, die uns berieseln mit sogenannten Informationen. Es wird der gesunde Menschenverstand auf alle mögliche Art und Weise attackiert. Und diese zwei Schriften vom Vatikan von 1957 und 1963 beweisen euch ganz klar, wer dahinter steht. Der Mensch ist neben, dass es ein körperliches, ein materielles Wesen ist, auch ein geistiges Wesen. Und dieses Geistesverständnis, das viele Menschen einfach nur ausdrücken als gesunder Menschenverstand, das wird uns nicht nur abtrainiert, das soll uns jetzt selbst noch körperlich blockiert werden, dass wir da einen Zugang zu haben. Und das ist genau das, was Rudolf Steiner 1917 gesagt hat. Die Seele wird man durch ein Arzneimittel abschaffen. Man wird einen Impfstoff finden, durch den in möglichst früher Jugend, möglichst gleich bei der Geburt, der Organismus, also der menschliche Körper, so bearbeitet wird, dass der Mensch nicht aus dem Weltraum in Gedanken kommt, es gibt eine Seele und einen Geist. Das kann nur die Arbeit des Antichristen sein. Das kann nur die Arbeit der Hure Babylon sein, der abgefallenen Frau, der Hure, der Offenbarung Jesu Christi, der Bibel. Und noch mehr Gründe, um euch einmal inständig zu bitten, auf die Suche zu gehen in den Vatikanischen Papieren selber und euch die Papiere Miranda Prausas und der Merifiga rauszusuchen. Und sie sind verlinkt in den Videos, die Michael verlinkt, in diesem Video. Herrscher des Bösen 17, 18, 19. Da sind all die Dokumente drin verlinkt. Da könnt ihr zum Vatikan selbst gehen, ihr könnt es selbst lesen. Lest es mit euren eigenen Augen. Weil ich kann es wiederholen, bis ich ihr Tod vom Stuhl falle. Michael kann es wiederholen, bis er blau wird. Es interessiert euch nicht. Aber wenn ihr es selbst lest und wenn ihr es selbst begreift, dann sinkt es ein. Und dann kommt man zum Verständnis, wo die Bibel ganz klar sagt, das Verständnis und der Glaube kommt in der ersten Stelle durch das Lesen der Bibel, das Lesen Gottes Wort. Und deswegen sollt ihr vor allen Dingen das tun und alles in dieser Welt an der Bibel messen, wie die guten Berührer in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11. Lest eure Bibel. Maranatha. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who knoweth us. So many think God does not see their sin. Woe to those who think they can hide from him. God is grieving, he knows and he's seen. Isaiah 29, verse 15. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who knoweth us. The eyes of the Lord are everywhere beholding the evil and good. Walk in the light, don't try to hide from the Lord Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who knoweth us. And who knoweth us.